Wir haben etwas aufgedeckt, dass die geopolitische Allerbester Mann Ich tarze Alles, ob Ich mag Blonde, ja Was, Blonde, Augen? Blonde, Augen Alles klar Alles klar Als Ohrhörter Uns blieb nur die Wahl, einen Handel mit den Immortals einzugehen und Singapur zu verlassen So ist das nicht gewesen, Sarah Wir haben die Aufnahmen angesehen Du warst es Du hast sie kaltblüdig abgeschlachtet und es aussehen lassen wie ein Ritualmord Du hast die Wiedergeburt verhindert So wie Jason Wie das aussieht, Alter So Alles klar, Alter, schau dir mal in die Augen Okay Schauen Hannes ganz tief in die Augen Oder dem hier, der hat gar keine mehr Wir haben alle keinen mehr Oh Mann Das ist schon krass Das ist echt krass Na, Infected Nein A Ghost Map ist das Ghost? COD Ghost Na Doch Na Ich habe es immer Ich habe es immer Oh, das ist auch ein Spiel auf Strike Zone, oder? Pfff Na, nicht Strike Zone, wie heißt die eine Schneematt da? Als ich das schrieb hatte ich nicht mal einen Kampf mit Gibt es den Ghostsop als Schneematt? Ja Außer DLC Ja Ähhhhhhhhh Gute Kasten, genau Ich sehe das du schon wieder Nee Ah Ah Er hat was anderes im Mund Wenn du verstehst Na, verstehe ich nicht Ich cock gerade ein wenig Nihat, du cockst Schwanz im Mund Entschuldigung Ja Dich belieb ich nicht Selber schuld Wenn du vorrennst, Alter Ich belebe dein Kumpel, der kann dich wieder belieben hier Ich mache es nicht Ah Nihat Korpsen 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 Die waren erst dann nicht da, dann laufe ich aus und dann sind sie da Aber du mit deinem Arschlauch Was Arschlauch Sorge Nihat, Arschlauch Arsch und Lauch Okay, schieb dir noch Ähm, laufe in Arsch Ja Oder ich würde es wirklich, je nachdem Je nachdem, was grad da ist Hä? Was? Na, ich belebe jetzt nicht wieder Das epische Musik, Alter Ja, blend mich, ist okay Ja, blend mich, ist okay Pfff, dein Ding Das ist voll Ganz ehrlich Hä, lol, du hast recht Was dann Ja, schau mal nach geradeaus, circa Wie sich das Ding aufbiegt Wann hat denn der Hannes für dich ihr nicht recht? Ha, genau so Was da keine Behandlung machen wir echt genau Mach der bei mir an Na Hä? Ex- und Wohng, man kriegt Na 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 Alles Ja Hab ich dir doch Da liegt was, da liegt was Da liegt was Da liegt was Na Na Wo liegt was Hier Als ob Als ob Als ob Als ob ihr Sammelstück gefunden habt Kommt auf so, ne Halt ab Nein Als ob der Alex Boss ist Ich vermigge Baba wie Familienpeter Die Mission geht mir echt auf den Arsch langsam Auf den Arsch? Auf den Arschlauch Auf den Arschlauch Auf den Arschlauch Auf den Arsch Schlauch Schlauch Drecks ist der Leicher, ey Ja, du drecks Beier, du Ich bin ein Arsch, ich der Beier Ah, mit meiner Pretzel Mit meinen Süßchen Und meiner Weißwürst Weißwürst und Süßchen Das was Fans Ja Also jetzt fällt nur mehr der Hitler an, dann wäre das perfekt Perfekt Das reicht Warum Hitler war ein Österreicher? Ne, wo wir grad spüren Der Hitler, halt, stell mal vor, wir müssen jetzt den Hitler erschießen Das war's Das wär's Äh, komm mir mal hier Leben Na, mach ich nicht Das letzte Mal, dass ich im Österreicher helfe Das war's Oh, okay Alles Alles Der Sammel, seit dem zweiten Weltkrieg Ooooooh Voran abein, oder? Hannes Was denn? Schau hier mal Bist du? Hinter dir Bist du Bist du Hitler? Na, aber Sammelstück, Alter Jetzt haut er raus Er haut er aus Oh, schau Ich bin mir ein bisschen verliebt schuss ich hab sogar seine nummer die kleine und meine und seinen du hast deine eigene nummer vorher schminiert ja du bist ein richtiges urschlauch schlauch weil du die sniper auf dem dach nicht siehst der prozent also alles das ist nicht auswählen spüsten und nix ich meine 120 nänner greift er gerade an ich bin mit dem kreativen ja ohne die linien ja ich will sie sich wieder die kreative der deutsche tigerpanzer der königstiger immun gegen die meiste ich bin in der marke zu besiegen ist noch er war der konnie nix mehr machen auf den sammeln stücke mit der kreis der platine er wird es nicht mehr anruhen verkaufs alex mit hauben breitest du weißt auch zu freundlich 100 euro was dann ich schneide neue und noch nie benutzt ja wo ist jetzt der deutsche panzer ist das ein marder was nicht ich fühle mich ein bisserl als wäre ich in division so von der atmung her von der atmung so vom location und so wie sind wir jetzt ficken oder was ein bonzer die kannst du nicht wissen was man da machen vorbeilaufen kämpf sie sie durch sarahs wahnvorstellung heißt oder raketen aufschießen na der macht es hin es hin skypanzer alter er da ich hab so viel spieler ist es aber ein stück sammeln stück wo du bist du bist du bist du wagner schallplatten wo bist du hier oben hier müsste hoch hier und da steht der schallplatten dort ja wagner schaden euch belebe wieder wichser auf die wichser auf die wichser auf die wichser auf die wichser der ganze familie bringe um außer dem kind und der mörder und dein bruder und der hinterher ja da bleibt ja nicht mehr viel übrig du bringst dir nur mich um du erschloch und der familie außer vor ungeheuer dass du nicht zu allein fühlst oben in aller sein reich die haben sie echt entziehen geschützt aber wala in schweiler bruder granate herr hannes aber ist scheißegal schmeiß sie zurück das das ist ein spielfeder dann komm mal zurückkrabbeln du spielfeder na das ist nicht so zugs sonst lösche dir das mal das kannst machen wir doch weg das verstehen nicht ich auch nicht boah wie cool das ist ja du kannst mir an du willst mir umbringen das ist wie deine bitch das was ich gerne auf mir sitzt mal ganz ehrlich ich weiß nicht im k-tradition gerne mal kumprieren und dann halt wieder beleben um zu wissen wie es ist white und dann wieder beliebt ja so wie hier ist black ops der schießt er mir in den kopf und dann hält er sein hantar einig hin ja makuma alex alter fack mich nicht ab das ist das motto und da sagen wir können respawn ist das motto ich glaube das wird verboten werden oder das wäre saul na die können hartenkreuzfahrern aufhängen wie sie wollen da geht ein tüchen da geht ein tüchen aber nicht um zu beten Hannes du stehst da wegen vor dem Panzer äh ja das gerät aus der kontrolle wir müssen es stoppen gut gemacht super Hannes der transformers das gerät aus der kontrolle wir müssen es stoppen die massen stoppen mit allem oh ich belebe dich wieder den deutschen den deutschen schau dass du mich wieder belebst du weiss wurscht Hannes ja ah hier deinen österreichischen kumpel holst du wieder aber mich nie hat he warum kann ich diesen huren so nicht erschießen ey wenn das jetzt nicht los geht mit rechts und links gar ich weiß wie man den besiegt alter als maul die trau sind ich geh jetzt links rum das gerät aus der kontrolle wir müssen es stoppen hohe gewalt manchmal ist das alles äh 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 aaaaaa TEXTUREN hehehe ja wait nein ich leb noch ich leb noch ich leb noch Leute krabbelt mal hierher bitte krabbelt mal hierher bitte krabbeln wie ne krabbe es langsam fuckt mir das richtig auch gar lol ich bin ein Hitmarkergriff jaaas WAS wahrscheinlich Spawnschutz ich weiß es auch gibt in dem Spiel bzw. in dem Modus GRANITE DOOM SCARFORER WINNER da wo sind die denn alle ihr bist einfach nur das Kaffs-Karfen mit euch in dem Sinne ja hallo ich will zurückwerfen HALS MAUL ich wollte sie auch grad zurückwerfen ja und dann zieht er seine eigene Granate alter was soll der kotz ich hab sie in der Mitte aufgeteilt ich hab sie grad dazu geprüft das Gerät aus der Kontrolle wir müssen es stoppen ey man ich fuck das auch weil da leck mich doch einmal nach der Mission ist Feierabend BO3 nach der Mission wird die CD zerstört alter wir brauchen noch zwei oder drei Missionen wir müssen es stoppen oh das Kaffen bringt echt ein bissl was ja genau alter schießt aus der Deckung und trifft ahhh ich hab mir viel Nerven wie brauchst du den Scheiß da musst du richtiger Hitler werden wir müssen es stoppen ich kann den Hitler noch vollziehen manchmal ist das alles was einem bleibt manchmal ist das alles was einem bleibt HALS MAUL alter Kai er ist der schon so nett dass ich das tiefer spüren es krotzt mich langsam an what das Gerät aus der Kontrolle wir müssen es stoppen Ruhe gereiht manchmal ist das alles was einem bleibt das Gerät aus der Lok würdest du mal na na ich sag nix Wo ist denn, ha? Na, nix passt schon. Wo ist's maust? Wo ist's maust? Ich ihm sage mal, dass ich besser benehmen muss. Ja, ich benehme mich mal besser. Als maust. Alles klar. Wow, Alex, wir sind auf dir. Der Scheiß ist, dass er überall spawnen meistens. Einfach draufschießen auf das Teil, oder können wir gleich Raketen draufhören? Ja, draufschießen bis das Abwehrsystem kaputt ist. F**k. Wurz vom Obdrucken. Traurigst du jetzt zu mir? Mhm. Leg dich hier. Garni! 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 Nee, das ist einfach nur der Kai. Jo, was scheint! Kai, 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 kai! Da bockt das Spiel nicht länger. Jo, was scheint! Ja, es gehört Bitch! Just Hitler? Und jetzt Hitler! Aber das Obera Hitlern что du hörst, der rouge auf. Bis zum nächsten Mal.